Hallo liebe Divid-Mitglieder, hallo liebes Divid-Team. Da wir auch die Immunabwehr stärken, in der man draussen ist, haben wir das mal im Datum gesetzt. Das Ganze geht auch mit dem Hund. Kommt ein bisschen auf Grösse darauf an, ich habe ein Handlungsformat. Ich zeige euch jetzt einfach ein paar Übungen mit der, die sich super eignen, zum Workout draussen abhalten und dem Hund Spass und Bewegung zu vermitteln. sowie Zwingli-Blockertaus Das war's für heute. 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 Das war's für heute.